Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bioshock Infinite Burial at Sea oder Sehbestattung Episode 1 und wir folgen mal Elisabeth in den Aufzug. Oh, jetzt habe ich aus dem Screenshot für Steam gemacht, das wollte ich gar nicht. Warum fährt der Aufzug jetzt nicht? Weil ich den Knopf drücken muss, natürlich. Nicht Kindheit. Es gibt einen Profit, der sich gemacht hat und Männer, die es machen. Ich nehme dich zu einer von ihnen. Herr DeWitt, bist du okay? Ich bin gut. Ich habe nur diese Spelle, manchmal. Es wird passen. Refrischung, Sir. Madame? Wir sind gut, danke. Ich gehe durch die Basis. Dase! 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 Das nehme ich doch gerne mit. Papa, das! Papa, das! Sie können nicht ein Schraub ohne eine Menschenrechte. Ja, sowas. Was ist so? Und du kommst aus Russland, wie ich gerade raus gehört habe. Und dann nimmst du immer nur Wodka. Naja. Achso, hier haben wir... Ah, Zigaretten! Nehmen! Oh, ich will mir das jetzt nicht alles anhören. Das ist jetzt ein bisschen... Weil hier redet jeder durcheinander. Und das... So, äh, wo kann ich denn hier überhaupt alles hin? Gibt's hier ne Karte oder sowas? Ne. Auf M gibt's keine Karte. Das ist natürlich wieder großartig. Ich bin von dort unten gekommen. Das heißt, wir gucken uns mal... Ah ja, wir sollen da hin, dann geh ich erstmal hier rein. Ah, Herr DeWitt! Wieder zurück! Und so schnell. Ich war in Italien und all diese... ...Kuradonien, richtig? Was? About the... ...Dispersions being made about me, eh? Dish... ...legal nonstop. Ach, das kostet? Nö, dann nicht! So, was haben wir denn hier? Need to know the Etta benutzen. Are you in the know? Innovation and competition are what fuel rapture? But that fuel can be diluted with rumor... ...or flat-out lies. The Rumormonger asks... ...What are these so-called splicing side effects? Well, take a look around you. Do you see anything wrong with your neighbor? The Rumormonger asks... ...Why has Tenenbaum withdrawn from the public's eye? Dr. Tenenbaum is a scientific mind unparalleled, even in Rapture. She's no doubt in her lab toiling away at her next great innovation. I heard she was in cahoots with Fontaine. Merely slander from jealous naysayers. Remember, rapture competes through innovation, not cheap shots. Bridget Tenenbaum is a woman who represents the best of science and industry. In other words, she's a rapture gal. Now you know. Weißt du Bescheid, ne? So, was haben wir hier? An Automaten... Spielen. Best quit while you're ahead. Okay, dann höre ich eben auf, dass ich im Plus bin. Schade. Schade, 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 schade. Ich wollte ja gerne nochmal spielen, aber ich darf ja nicht, weil... ...Elisabeth mir es verbietet. Käse essen. Ja, solange hier die Getränke so rumstehen und nichts kosten, dann trinke ich hier doch. Der Genuss bei voller Gesundheit ist wirkungslos. Schade. Ich wollte eigentlich jetzt mal besoffen hier durch die Gegend laufen. Wie werde ich es mit meinem Label verletzen? Thornton sagt, ich sollte nicht mehr vorsichtig sein. Und was wird aufhören. Anwärtsheit gibt Möglichkeiten. Das ist was Ryan sagt. Ja, das stimmt allerdings auch. Auch aus Missgeschickten erwachsen. Neue Chancen. So, wie geht's denn hier hin? Artist Struggle. Boah, Alter, das hier ist schon wieder so mega riesig. Aber weiß ich gar nicht, wo ich als erstes hingehen soll. Das heißt, guten Tag. Beide mit dir. Ach so, du willst ja seine kack Zeitung fertig lesen, oder was? Penner. Weißt du, ich bin gleich bei ihm. Dabei steht er schon direkt vor einem. Er will nur seine blöde verkackte Zeitung da lesen. Das sind nicht meine Bedienung. Darauf wäre es mal ein Bier. Hallo, jetzt sind wir mal die Flaschen hier. Kenn ich nicht. Schade. Nichts zu know, Theater. Nichts zu know, Theater. den Stuttgart nicht gibt. Aber war er in der Tatort war ein Schmuckling Ring? Und waren wir auch fooled... ...vergültig sein von seinem Charitier? In seinem Free Clinic, die Kinder wurden test subjects. Und seine Orphanage waren das Kinder verfallen in, und die nie kamen aus. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristik's owner. But, a coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice. The Council asked that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Weißt du Bescheid, ne? Ich habe... Fontaine... ...vermichtet. War doch Fontaine, oder? Glaube schon. Oh, shoppen gehen, ein Kleid, ja. Bonjour, Signore. Bonjour, Signore. Natürlich. Tags. Ihr kleine Mädchen hat seit Tagen verloren. Ich bin ein totaler Wack, wenn Trudy eine Nasebelein bekommt. So viele Kinder. Es kann alles Coincidence sein. Ja, wieso kann das kein Zufall sein? Es gibt viele, die viele Kinder haben. Die wissen halt einfach nicht, die haben in der Schule eben, naja, weiß schon. Jedes Mal, wenn der Vater geschossen hat, war es gleich ein Volltreffer. Ja, so kommen halt so Familienzustand, ne, ein Audio-Tagebuch. So-Chung observes strangest of coincidences. On the other side of a window, man in strange hat experimenting on So-Chung's own creation. Unplasmid. Man named of Fink. Outrage! Debt of intellectual property! Hmm. But man named of Fink is no fool. Through addition of oxidizing agent, turns plasmid, ingestible through stomach lining. Mr. Ryan very impressed with So-Chung's initiative. Debt of intellectual property. Two-Way-Street. War da jetzt eigentlich ein Untertitel unten gestanden? Scheinbar nicht. Glaube ich zumindest nicht. Ich habe hier jetzt zufällig auch keinen gelesen. Ich will nicht, dass einer von uns folgen. Ach so, wir sollen nach unten. Jetzt sind wir dann hier einmal drumrum gelaufen, glaube ich. Ein Telefonhäuschen, wie wäre es? Boah, geil. Musikladen. Boah, ich will die Gitarre da haben. Ich kann es leider, ich muss es leider übertönen, weil sonst kriege ich Probleme. Da, bam, 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 bam. Ach, ja, wunderschön, wunderschön kann ich hier spielen. Ja. Lala, okay, gehen wir wieder raus. Wieso kann ich den Müll einmal nicht durchsuchen? In Columbia ging das super. Noch nicht mal telefonieren darf ich. Gemeinheit. Ich darf aber auch gar nichts. Ach so, sind wir wieder am Anfang? Okay. Dann, wo ist denn Isabels Kontakt, der irgendwo dahinten ist? Mr. Duett. Ich will meine Source in diesem Club finden. Cohen? Was hat dieser Lunatik mit Sally zu tun? Nein, nicht der Hasentyp. Nein, 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 nein. Ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht, er ist so komisch. Lalalala. Na ja. Ja, ach, diese Hasentypen, das sind alles schon so komische. Halt. Ich will mich auch nicht durchsuchen, was soll denn nur das? Ja, es werden mehr sehen. Ja, es werden mehr sehen. Ja, es werden nicht durchsuchen, was soll ich nicht durchsuchen, was soll ich nicht durchsuchen, was soll ich nicht durchsuchen? Ich will mich nicht durchsuchen, was soll ich nicht durchsuchen. Ich will mich nicht durchsuchen, was soll ich nicht durchsuchen. Das Geschäft von Rapture ist Geschäft. Es ist sponsoert von The Art of Struggle, The Golden Rule and Rapture Records. Ich glaube, diese Geschäfte würden so gut ein Ort beginnen, als ob ich nicht durchsuchen würde. Ich bin nicht durchsuchen, was soll ich nicht durchsuchen. Ich bin wirklich eine Art of Brücke 0, um den Bildschirm aufzurufen. Ich war nicht so ein Mann. Dann was? Es ist eine Debt, die sich bezahlen muss. Ich habe meinen Sheriff Shylocken kennengelernt. Du bist kein Shylock. Es war nicht so ein Debt. Okay. Ach, da haben wir doch schon den ersten Mann. Wenn ich das nicht hätte, hätte ich nicht in Vodafostock gewesen. Fontein's Thugs waren nichts mehr als Parasite. Ryan schaut nach Rapture. Ryan schaut nach Ryan. Und warum nicht? Es ist der Schweck von seinem Brot. Wir sind nur die Gäste, die sich umgekehrt. Du hast ja keine Ahnung, was dich erwartet. Okay, wir werden die Läden durchsuchen. Das allerdings leider erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.